John Bunyan, die Pilgerreise Im Haus des Auslegers Ich sah nun, wie Ausleger Christian wieder bei der Hand nahm und ihn in einen Raum führte, wo neben der Mauer ein Feuer brannte. Er beobachtete, wie jemand viel Wasser auf das Feuer goß, um es zu löschen, und die Flammen trotzdem höher und höher schlugen. Was bedeutet das? fragte Christian. Das Feuer ist das Gnadenwerk, das Gott im Herzen wirkt. Der dabei steht und Wasser darauf gießt, um es zu dämpfen, das ist der Teufel. Nun sollst du auch sehen, wie es kommt, dass die Flammen des Feuers dennoch immer höher steigen und immer heißer brennen. Ausleger führte Christian auf die andere Seite der Mauer, wo er einen Mann mit einem Gefäß in der Hand sah, der ständig Öl ins Feuer goss, jedoch so, dass der da drüben nichts davon merkte. Und was bedeutet nun das? Das bedeutet, dass Christus mit dem Öl der Gnade das im Herzen begonnene Werk nicht auslöschen wird. Der Teufel kann tun, was er will. Christus erhält die, die zu ihm gehören, am Leben. Er tut es im Verborgenen, sodass der Versuchte oft gar nicht erkennt, auf welche Weise das Gnadenwerk in seiner Seele lebendig gehalten wird. Tür ist im Verborgenen, und er wird das Gnadenwerk in der Hand. Er wird das Gnadenwerk in der Nähe des Gnadenwerk in der Nähe des Gnadewerkes verwendet. Das ist im Verborgenen, das ist im Verborgenen.